TraneSimWorld 2 Man muss stetig auf die umgebende Welt achten. Üben Sie, indem Sie nach oben, unten, links und rechts schauen. Dies ist eine von vielen Nebenaufgaben, aber nicht alle sind so leicht zu entdecken. Das ist eine von vielen Nebenaufgaben. Sie werden viel Zeit mit Fahren verbringen. Setzen Sie sich also auf den Lokführersitz. Sie können das Erlebnis jederzeit anhalten, um Ihre vorherigen und derzeitigen Ziele anzusehen. Überprüfen Sie sie jetzt und kehren Sie zum Spiel zurück, sobald Sie fertig sind. Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die weiße Nadel zeigt Ihre derzeitige Geschwindigkeit. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Dies ist die Richtungswendeanzeige. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral. Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Dies sind die Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung. Oben rechts sind die Signal- und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige. Diese zeigen an, was sich nähert und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Einige dieser Anzeigen können im Einstellungsmenü ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung wählen möchten. Dieser Zug ist bereit für die Abfahrt. Schieben Sie den angegebenen Hebel vorwärts, um loszufahren. Auf der rund 80 Kilometer langen Bahnstrecke Riesa-Dresden verkehren sowohl Express- und Fernzüge als auch diverse Güterzüge der ansässigen Industrie. Verk glands auf der enge Kostelung overt centro, um die Rohrmterça-Dresden ver radiant. Max Kostel Division 2uar und Fernw interpreter変 benefits für die Mühe borr待 demanded werden, um die Verk Trains im World 2 bietet Ihnen bei der Fahrt eine Auswahl. Sie haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Willkommen in Dresden im Osten Deutschlands. Gelegen in Sachsen an der Elbe. Erleben Sie, wie sich vom historischen Dresdner Hauptbahnhof aus eine Vielzahl von Zügen in einem bunten Mix aus S-Bahn, Regional, Intercity und Güterzügen ins Umland ausbreiten. Auf der Route können Sie Streckenkarten platzieren, Erste-Hilfepunkte auffüllen, Gartenzwerge bemalen und Spraydosen aufräumen. Wählen Sie zwischen Pendler und Güterverkehr, während Sie durch die malerische deutsche Landschaft fahren. Willkommen bei Riesa Dresden.